So, willkommen zurück bei Mordor Shotten. So, im Namen der Bestie. 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 Okay. So, ich muss glauben. Wo warst du vorhin? Auf der Jagd? Warum solltest du Glock stehlen, Sklave? Du hast doch einen Schlamm, den du willst! Und zwingelt ihn! Danke. Ich hab ihn gleich vermischt! Vielen Dank, Freunde. Wir sind mit einem Schlamm! Mach das! Ich bin mit ein Schlamm! Danke, dass du uns gerettet hast! Dein Glock war es nicht einmal wert. Hab geschmeckt wie ein nasses Zwergenmach! Ich bin schon... Ich bin schon... Dann machen wir gleich die Trüge... Was war das? Wir zermalmen dich! Wir werden dich in Stücke! Hör auf dich zu bewegen! Wir brechen die Klasse! Wir brechen die Klasse! Wir brechen die Klasse! Wir brechen die Klasse! Wir brechen sie an! Wir brechen sie an! Wir geben euch mit den Blumen! Wir werden dich in Stücke biografieren! Lass sie mich auf. da drüben hat sich etwas bewegt ja 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 und unterricht unterricht das ist jetzt ein bisschen schuffig jetzt werden wir uns entscheiden oh ja, machen wir es besser weiter zur Hauptquests würde ich sagen ich habe ich da gerade etwas gehört das ist 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 es das ist das ist Ist das alles, was du kannst, Kerr Wandler? Ist das alles, was du kannst, Kerr Wandler? Wie schmeckt dir deine Rache, Tharion? Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Das ist alles, was du kannst, Kerr Wandler? Er hat meine gesamte Familie vor meinen Augen ermordet. Was hättest du getan? Sprichst du auch mit den Lebenden? Oder bloß mit den Toten? Wer bist du? Mein Name ist Litariel. Ich stamme vom Nurnenmeer. Meine Mutter sagte, du würdest kommen. Hier bist du. Nun, Litariel vom Nurnenmeer. Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marvin, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Und was will sie ihm darbieten? Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Nurnen ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Na gut, das war's hier mit dieser Versuch. Das muss man bis dann auch rein. Ciao.